Die Schleimschicht vom Fisch Das Abtrocknen ist wichtig, damit das Fleisch den Rauch auch optimal annimmt und so keine geschmacklich unangenehmen Säuren entwickelt. Das Räuchermehl, man soll hier Buchenholz, auf jeden Fall harzfreies Holz oder Späne verwenden, gibt den Fischen den Geschmack und auch die Farbe. Für das Räuchermehl ist hier ein Extrafach im Boden verbaut. Das erste Paar auf den ersten Rost, darauf legt man den zweiten Rost und gibt das zweite Paar auf die oberste Etage. Das ist jetzt der Spiritusbrenner mit zwei Spiritusöfen, gefüllt randvoll mit Spiritus. Die zündet man dann an. Jetzt nur noch den Deckel auf die Räucherkammer und diese auf die Feuerstelle geben. Und fertig sind die Fische dann, wenn der Spiritus nach ca. 30 Minuten verbrannt ist. Eine kinderleichte Möglichkeit, einen Fisch zu holen. Nach etwa 30 Minuten schauen wir nach und die Forellen sind schon wunderbar goldgelb. Die Haut leicht abgehoben, so sind sie genau richtig. Nun wollen wir Ihnen noch zeigen, wie man einen Fisch richtig zerlegt. Mit einem scharfen Messer schneidet man entlang der Seitenlinie bis auf das Rückgrat ein. Trennt die Flossen und den Kopf ab, um so die Haut besser vom Fleisch entfernen zu können. Und dann kann ich das obere Filet einfach nach oben klappen. Da habe ich jetzt ein völlig grätenfreies Filet. Und mit dem unten, das kann ich nach unten schieben. Dann habe ich da auch ein Filet, da sind jetzt aber die Bauchgräten da drin, die muss ich dann rausziehen. Und dann nehme ich das Rückgrat hinten und kann das wunderbar aus dem Fisch rausheben. Gleich warm mit Weißbrot oder kalt zur Brotzeit hat man jetzt vier saftige Filets. Wir wünschen vollen Genuss. Wenn wir das auf einem Scharfen über warte, dann gehen wir bis zur St.pap. Wächtung.